Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie gesehen in Standbeschreibung, im Standbeschreibung, das war ein super deutscher Start, steht der Tag Montag. Was hat das mit dem Tag Montag zu tun? Dieses Video. Dieses Video. Ja, denn wir haben heute Montag und Montag ist Scheiße. 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 Sagen 99% der Bevölkerung, die sagen Montag ist Scheiße. Scheiße. Aber wieso sagt ihr das? Wieso sagt ihr Montag? Scheiße. Scheiße. Habt ihr etwas gegen Herrn Montag? Gar nicht gut. Gar nicht gut. Also ich feier den Montag. Wisst ihr? So mit Party und so. Und ja. Aber das Traurige daran ist, nicht nur Menschen leiden unter dem Montag, sondern auch die Tierchen. Die Tierchen bekommen einen großen Schreianfall, wie zum Beispiel dieses Murmeltier. Ach ja, das ist ja ein armes Murmeltier, ne? Wenn es überhaupt eins ist, ich weiß doch nicht, was das für ein Tier ist, ne? Das kommt dazu. Wie auch immer. Ja, wirklich. Die Tiere leiden unter dem Montag. Aaaaaah. Ton weiße Beispiele im Netz. Guckt es euch an. Aaaaaah. Habt ihr gesehen? Aber auch die Menschen leiden unter dem Montag. Wirklich. Es ist zu knapp. Wirklich. 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 Ich habe keine Tage mehr mehr. Die Tage gibt es gar nicht mehr. Ja. Die gibt es nicht mehr. Ist besser für alle so. Ne? Ja. Würde ich auch sagen. Ja. Und ich danke euch, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Aaaaaaah!